Musik Das ist Nicole. Nicole ist eine hervorragend ausgebildete Informatikerin mit sehr guten Kenntnissen auf ihrem Gebiet. Sie verfügt auch über soziale Kompetenz und passt perfekt auf die Stelle, auf die sie sich heute bewirbt. Das ist Adrien. Adrien ist Personaler und hat Nicole heute zum Bewerbungsgespräch eingeladen. Adrien ist sehr begeistert von Nicoles Fähigkeiten und ihrer Art. Leider kann Adrien Nicole nicht einstellen. Zwar war sie in der engeren Auswahl mit zwei weiteren Kandidaten, jedoch hat sich Adrien subjektiv für einen anderen Bewerber entschieden. Adrien kann Nicole zwar nicht einstellen, aber er kann ihr einen Empfehlungscode zuschicken, der Nicole bei den Partner der Community ITSACS.de als ausgezeichneten Bewerber empfiehlt. Denn Nicole hat gute kommunikative Fähigkeiten, sie besitzt die fachliche Kompetenz, die am Markt gesucht ist und hat diese auch am persönlichen Gespräch nachgewiesen. Außerdem passt ihr Profil zu den angebotenen Stellen der Partnerunternehmen. Adrien hätte Nicole am liebsten selbst eingestellt. Der Empfehlungscode selbst enthält weder persönliche Daten noch fachliche Informationen. Mit dem Empfehlungscode, den Adrien Nicole im Absageschreiben zugeschickt hat, kann Nicole sich mit seiner ausdrücklichen Empfehlung nun bei allen Partnern der ITSACS.de Community bewerben. Der Empfehlungscode ist Nicoles Schlüssel zum Erfolg. Die Mitglieder von ITSACS.de bevorzugen empfohlene Kandidaten. Diese Kandidaten erhalten innerhalb von sieben Tagen ein qualifiziertes Feedback. Auf dem Onlineportal www.ITSACS.de hat Nicole den besten Überblick über alle IT-Stellen in Sachsen. Dort hat sie eine Stelle gefunden, für die sie die perfekte Besetzung ist. Im Bewerbungsformular auf ITSACS.de hat sie den Empfehlungscode von Adrien eingegeben. Und dank der Empfehlung hat sie schnell ein neues Bewerbungsgespräch. Das ist Thomas. Thomas ist hier Personaler. Nicole hat heute ein Bewerbungsgespräch bei ihm. Thomas ist fasziniert von Nicoles fachlichem Können, ihrer professionellen Art und ihrem Auftreten. Nicole ist genau die, die er für die offene Stelle gesucht hat. Thomas wird Nicole einstellen und beide sind darüber sehr glücklich. Musik Musik Bis zum nächsten Mal.